Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Tutorialsendung. Im letzten Teil hatte ich ja euch gezeigt wie man die LTD Matrix der BVG in den Solaris einfügt oder installiert und heute geht es mal darum wie man sie dann in den Doppeldecker reinkriegt. Zuallererst brauchen wir natürlich die Matrix, der Link ist in der Videobeschreibung. Das dürfte letzten Endes so aussehen und dann hat mich noch ein paar an ihr geschrieben und ihr fragt ob ich das auch für einen Tahu machen kann. Ich kann gleich sagen nein, weil das nicht funktioniert. Ich hab das schon versucht und das sieht einfach schäbig aus. Punkt. So, genau. Dann klickt er hier drauf und der downloadet es dann sofort. Dann, wenn wir es jetzt heruntergeladen haben, jetzt müsste ich das hier mal kurz in meinem Download Ordner suchen. lcd-matrix-bellen-v10. Also 1.0 soll das wahrscheinlich heißen. So. Dann sind wir die Heikels Ordner, warum die Hauptordner. Halt natürlich wieder die Fonts rüber kopieren und dann gegebenenfalls alles drüber schreiben lassen. So. Dann scrollen wir mal runter in die Heikels Verzeichnis und suchen MAN-DL05. Unter Textures natürlich hier wieder die Texturen drin kopieren. Dann die Model-DL. Genau, einfach da in den Ordner drin kopieren. Und das Skripte. Scheiße. Ich glaub ich hab das schon installiert. Oh ne, bitte nicht. Egal. So. Dann öffnen wir wieder den SRC Ordner. Diesmal nehmen wir uns erstmal die BUS Datei vor. Sprich, wir öffnen jetzt erstmal hier. Dann suchen wir uns hier den Doppeldecker. Dann die Model-Datei, äh Quatsch, die BUS Datei. Problem ist, es gibt zwei BUS Datei. DL09 und DL08. Jeweils nochmal in der fahrbaren Variante und in der KI-Version. In Rundern öffnen wir jetzt erstmal die BUS Datei, also für den fahrbaren Bus. So, dann öffnen wir jetzt erstmal die DL09 Datei. Und dann scrollen wir hier wieder runter zu Scripts. Und dann Script, Matrix und so weiter. Dann suchen wir das jetzt erstmal. Hier. Hier wird es halt unter V-Matrix. Ne, Kennzeichnen. Einen eigenen Ton nicht erklären, aber es wird schon irgendeinen Sinn haben. Na. So, dann kopieren wir uns halt wieder so wie beim Solaris und hier ebenfalls einfügen. Prinzipiell ist ja durch dieselbe Prozedur. Prinzipiell sage ich, da muss leider noch ein bisschen mehr dahinter geklemmt werden. So, dann hier können wir ebenfalls wieder kopieren und ersetzen jetzt hier unten unter ersetztes Script einmal in DL05-AI durch mod.osc. So, seht ihr hier. So, dann markieren wir uns und wieder ersetzen. Dann Matrix. Suchen wir das natürlich mal wieder auf. V-Matrix und dann ebenfalls ersetzen. So, das wäre der DL09. Jetzt kommt der DL08. Ebenfalls das wieder hier oben kopieren. Scrollen wir hier runter unter Scripts und suchen. Dann wieder V-Matrix und ersetzen dies natürlich ebenfalls. Dann unter das darunter ebenfalls V-Matrix setzen und hier ebenfalls gleich wieder mit der AI-Version. Und natürlich die V-Matrix-Geschichte hier markieren und ersetzen. Dann hätten wir die fahrbaren Version schon fertig. Dann können wir beide Sachen wieder schließen. Und jetzt brauchen wir die KI-Version. Denn es gibt ja auch noch die KI-Variante und das sieht dann irgendwie, zumindest, sag mal, unterscheiden, was jetzt mit DL05 und DL05 und DL07 ist. Und das zählt dann auch gleich. Auch so. Dann sieht das selber ebenfalls noch realistischer aus. So. Dann öffnen wir halt auch hier wieder. Schauen wir mal die DL08KI-Version. Und scrollen ebenfalls wieder runter zu Scripts. Hier sind auch natürlich nicht so viele wie bei dem anderen. Ist ja klar. und suchen uns ebenfalls wieder V-Matrix und ersetzen dies selbstverständlich auch so. So. Darunter wurde es ja wohl nicht so kompliziert. Im Prinzip wäre gar nicht, weil es nur ein Eintrag ist. So ersetze KI. KI. Skript. Hä? Was will denn der jetzt? Ach. KI und AI. Ach du scheiße. Das soll mal jemand verstehen, ne? So. Das ist jetzt die KI-Main. Also halt das obere hier. Dann hier drunter. Das ist dann. Ihr notet da drunter halt. Und Matrix-KI. So. Das suchen wir ebenfalls. Also V-Matrix-KI halt. Und solltet ihr das Update 1.1.1 glaube ich hieß das noch nicht installiert haben. Dann empfehle ich euch erst das Update zu installieren. Und dann das zu machen. Weil sonst. Update gemacht. Installiert update. Und dann muss das noch mal machen. Doppelte Arbeit. Die man sich jetzt nicht unbedingt machen müsste. Das ist mal so ein kleiner Tipp am Rande. So guckchen. Ebenfalls wieder hier. Suchen Matrix und ersetzen dies ebenfalls wieder. Wenn man es irgendwie einmal gemacht hat. Kann man es auch. Also ich hatte natürlich zum Anfang auch meine Probleme mit. Aber mittlerweile kann ich sagen. Funktioniert doch einwandfrei. Okay. Ach genau. Das obere hier. Denn darunter. Und die Matrix. Suchen wir uns jetzt hier unten wieder. V-Matrix-KI. Speichern das natürlich wieder ab. Und schließen beide. Das war mit den BUS-Dateien. Jetzt geht es an die Model-Datei. Die bei mir ehrlich gesagt schon. Das schwarze Schaf so gesehen sind. Weil ich Model-Dateien. Aufs übelste hasse. Und das hat jetzt hier drin steht. Okay. Müssen wir recht. Viermal machen. Ich kann ja mal alle Dateien öffnen. So. Jetzt haben wir hier DLKI. Unter uns wird schon mal lautstark diskutiert. Ich finde es mal so scheiße. So. Skript-Textur. Genau. Kopieren wir das hier drüben. Und fügen das hier drüben ebenfalls ein. Dann suchen wir das hier drüben. Gehen auf bearbeiten und suchen. Da haben wir doch schon. Beide Mesh. Ich weiß jetzt nicht was damit gemeint ist. Naja. Was ist das damit gemeint? Ne. Ach. Quatsch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dann kopieren wir uns halt das hier drüben wieder. Und fügen das hier drüben wieder mit ein. So. Dann schließen wir das hier drüben wieder mit ein. Dann schließen wir das hier wieder. Hab das hier gespeichert? Ne. Gut. Weiß ich Bescheid. Dann markieren wir uns ebenfalls wieder. Die beiden Skript-Texturen scrollen auch hier wieder runter zu den Skript-Texturen. Und natürlich ersetzen. Suchen uns wieder. Ich schätze nicht den Ernst oder? Cool. Also hier gibt es das anscheinend nicht. Ja komm du mir jetzt auch noch wisse. Komm mir doch blöd ey. Ja komm ruhig ey. Er ist das richtig. Hier mein. Anachs. Und ne. Er erzählt ja den E-Kapp-Graben. Und das nur Respekt muss ich ja sagen. Boah. ihr wisst aber jetzt einfach machen also ich empfehle ich dann einfach nach dl schräg schräg in die andere richtung matrix also so wie jetzt hier drauf steht einfach dann suchen dann kopiert er ist die hier drüben einfach raus weil scheiße wird er hier nicht und wie ich hatte die firma hat einfach keinen bock dazu schreiben also so komme ich mir jetzt gerade vor dann markieren wir uns das hier ersetzen so speichern ich hoffe nur dass es jetzt richtig ist also wie gesagt ich übernehme auch keine haftung für schäden an irgendwelchen software oder was auch immer ich nehme dafür ich übernehme keine haftung der zwei mal noch dazu gesagt so ein film hatte ich wieder ein wir danach müssen auch ins kombinieren konnten die eine acht noch mal und dann ist durch endlich suchen wie gar nie droht hatte der dl ist komplizierter als komplizierter als zeigt schon auf jetzt mal weiter so ist auf jeden fall komplizierter als der solaris so als vermittelt je nach der kopf klappt wenn nicht dann werden werde ich am ende sehen wenn es klappt dann macht es einfach nur so ach na das war jetzt natürlich mehr sinnvoll kann auch wirklich nur mir passieren bei einer eigenen blödheit suchen suchen so ach ich glaube jetzt versteckt da hätte man das besser hinschreiben können weil ich die der unterstrich noch dahinter steht hier hoch aber schon hätte man auch irgendwie anders machen können so hätte ich zumindest auf jeden fall anders also am besten zweimal danach suchen also nicht das erste und zweite nehmen jetzt speichern wird das alles können das schließen und starten auf den sie naja jetzt heißt es erstmal warten und was ich ja auch gesehen habe dass das video ja bei euch das letzte video sehr gut bei euch ankam freut mich natürlich auch jetzt habe ich mir auch schon fast so ausgemalt dass da schon die aufrufzahlen ein bisschen höher sind weil ich gehe mal davon aus nicht jeder kann mit betonen nochmal mit dem citaro ich habe das schon versucht und meine erfahrung sprechen für sich ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren sei es jetzt beim citaro gelenkbus weil beim solo buster funktioniert das recht nicht und jetzt sieht ganz bescheuert aussieht dann könnte ich mir ein screenshot oder so schicken per youtube pn da werde ich mal gespannt weil dann habe ich nicht gedacht aber bei mir hat es nie funktioniert aber bei mir funktioniert sowieso nicht daher ist es nicht einige zeit mal so ja um die wachheit habe ich noch nicht sehen geladen man will nicht blöd diese blüte gibt es nicht aber gut eigentlich wollte es ist wie auf einer privat umgebauten und auf karte aber gut testen also testen ich weiß ja nicht so richtig richtiger deutscher satz sondern nur was hier labert naja ja komm wir hatten ein bisschen schnell die KI und an und ach los auf ey jetzt müsste aber mal kommt ja geschissen juhu also gehen wir unter mal natürlich mal mal wer hätte es sich vorstellen können dann wählen wir uns einmal den DL08 aus platzieren wir uns hier irgendwo hin dann park geht den natürlich schnell um dass der andere hier auch noch sich das hier auch noch platz hat zum spawnen mal keine kollision sind ja aus immerhin noch eine schicke werbung als krönender abschluss und sozusagen haja das sieht nice aus ich hab ja heute oben muss ich mal so kurz dazu sagen ich hab ja heute war ja heute auf tour wie man es wahrscheinlich schon gesehen hat beziehungsweise wenn ihr das seht dann ja erst dann da habe ich dann Solaris mit eurowings werbung gesehen ich dachte ja eigentlich so als ich hab eurowings naja das wird bestimmt so aus wie germanwings nur halt eurowings design nö das sah ganz anders aus als das mein vorstellungen entsprach aber gut du sollst durchaus heben ach hier bauhaus wenn es schlecht werden muss ne natürlich nicht ich stelle die scheiße jetzt erstmal hier hinten so und ach ist ja nicht morphisant ahja sorry ok dann geben wir da mal einen in den in den kasten nehm 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 das ole nehm 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 qualit nehm ne eco seht ihr selbst da kommt noch leicht dabei sein markt jetzt ist ja gleich ein bisschen beleuchtung hier ja gut ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die tollste aber mein jahr und die l99 wenn sie heute noch am besten aber gleich noch eine tolle vollwerbung nachher sagt es dann sind mal welchen 2013 denn diese hofdateien da ist man gesagt die hof also die guten liste und so einen scheiß von 2013 also nicht mehr ganz aktuell aber das meiste dürfte noch übereinstimmen noch sagt man dazu gesagt noch und vielleicht sollten wir eigentlich auch hohe doppeldecker befahren wird eine die wir in offensaison noch nie hatten und ich kann ja mal einen kurs mal ganz vorbei ich bin ja kurs nehmen wir jetzt mal den 845 2800001 müsste eigentlich richtig sein dann sehe ich wenn nicht genau ja hier das ist irgendwie der t ist irgendein umsiebfehler fragt mich einfach nicht wieso jetzt sehen wir hier schon habe ich das schon quittiert so ein scheiß also wie wir sehen beim dl 08 das ist alles gut hier beim dl 09 warum nicht jetzt frage ich mich gerade ernsthaft habe ich das nicht gleich gemacht ja dann hört dann guckt euch am besten nur das an wo ich den dl 08 gemacht habe ja also wirklich nur da wo steht dl 08 weil da habt ihr ja gesehen da funktioniert dl 09 da funktioniert er genau so ich bedanke mich fürs zuschauen hoffe ihr seid doch beim nächsten mal dabei und tschüss bis zum nächsten mal